Wie siehst du denn die beiden Jungs, Angelo und Alex Pavlovic, was machen sie für einen Eindruck auf dich? Und die zweite Frage, es wird gerade viel diskutiert über diesen picke-packevollen Spielplan. Jo hat gesagt, Herr Kimmich, für ihn ist es kein Problem, so viele Spiele zu bestreiten. Wie siehst du das? Ja, erstmal zu den beiden Jungs. Also ich denke, die haben eine große Zukunft vor sich. Den Pavlovic kannte ich schon vorher, habe auch mit ihm schon trainiert gehabt, also sehr guter Junge. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen Fan von dem Angelo Stiller, weil ich habe jetzt gegen ihn in der Champions League gespielt und mir hat vor allem seine Ruhe gefallen. Seine Ruhe am Ball, war kaum nervös, also wirklich eine große Zukunft vor sich und wenn er fit bleibt, kann er alles erreichen. Definitiv. Ja, zum Thema Spielplan. Ich glaube, ja, da wird viel geredet. Meiner Meinung nach ändern tut sich nichts. Deswegen bin ich kein Fan, weiter davon zu reden, etwas was ich nicht ändern kann. Deswegen einfach mal versucht, fit zu bleiben. Das ist mir in den letzten Jahren sehr gut gelungen und deswegen machen wir da weiter. Oh, weil du bin den delitanischen Kran profitieren. Und dann vorher? kurz Klang. Was. Schrauch. Ich bin. Ich bin dran. Baby.